Nichts ist lästiger als ein leerer Akku und so tüfteln Forschungsteams weltweit an innovativen Ideen, um uns das nervige Akku-Problem endlich für immer abzunehmen. Und jetzt ist es wo tatsächlich. Soweit ein Forschungsteam des Samsung Advanced Institute of Technology hat die Grundlage für einen neuartigen Akku entwickelt, der in phänomenal kurzen zwölf Minuten vollgeladen werden kann. Das Geheimnis dieses technischen Traums? Graphen. Wie genau dieser Akku funktioniert und ob er tatsächlich schon bald die althergebrachten Lithium-Ionen-Batterien ersetzen wird, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Wird unser Traum von einer langen Akkulaufzeit kombiniert mit einer kurzen Ladezeit jetzt schon bald tatsächlich Realität? Wenn man Samsung glauben mag, dann ja. Die neu entwickelten Batterien des Unternehmens laden in der Theorie nach eigenen Angaben wohl bis zu fünfmal schneller als die herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus. Wow! Als Basis dafür dient Graphen. Dieser Stoff gilt schon länger als Allzweckwaffe, technische Träume aller Art wahrzumachen. Im Detail besteht es aus einer einzigen transparenten Schicht aus Kohlenstoffatomen. Diese sind ähnlich angeordnet wie Bienenwaben. Dadurch vereint Graphen mehrere wirklich krasse Eigenschaften. Es ist das wohl dünnste Material der Welt, bis zu 300 Mal fester als Stahl, härter als Diamant, dabei aber flexibel und leitfähiger als Kupfer. Wow! Wahnsinn! Vor 13 Jahren hat ein Forschungsteam aus Manchester erstmalig eine einatomige Lage Graphen hergestellt. Für ihre Arbeit bekamen die beiden Wissenschaftler 2010 den Nobelpreis für Physik. Und so hatte man Graphen aufgrund seiner zahlreichen Superlativ-Eigenschaften schon länger als geeigneten Kandidaten für die Herstellung von Batterien auf dem Schirm. Doch es nutzbar für praktische Technologien zu machen, das war bisher nicht gelungen. Der Knackpunkt? Seine Herstellung in großen Mengen und das zu einem vernünftigen Preis. Doch das ist jetzt offensichtlich gelungen. Die Samsung-Forschungsgruppe aus Südkorea hat das Material nach eigenen Angaben aus einem günstigen Material, nämlich Siliziumdioxid synthetisiert. Dazu der beteiligte Projektleiter Son in Hyuk. Uns ist es gelungen, den Verbundwerkstoff mit Graphen in großen Mengen zu einem erschwinglichen Preis herzustellen. Bei der Produktion erinnern die vielen kleinen Graphenbälle ein wenig an Popcorn. Die werden dann in Lithium-Ionen-Akku sowohl an der Kathode als auch an der Anode verwendet und erhöhen deren Ladegeschwindigkeit. Um das im Detail zu verstehen, braucht es ein bisschen Chemie. Die Kohlenstoffatome in Graphen sitzen jeweils auf den Ecken von regelmäßig angeordneten Sechsecken. Die Atome wechselwirken, ihre elektrischen Felder überlagern sich. Das Verhalten der Elektronen führt dann dazu, dass Strom 1,5 mal besser geleitet wird, als es bei Kupfer der Fall ist. Denn die Kohlenstoffatome in Graphen sorgen dafür, dass sich die Ladungsträger quasi masselos fühlen. Die Versprechen aus Südkorea sind kaum zu glauben, ein Graphen-Akku könne demnach in nur 12 Minuten vollgeladen werden. Zudem sei auch seine Kapazität im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus größer und zwar um knapp die Hälfte, also genauer um 45 Prozent. Diese höhere Energiedichte führt also letztendlich dazu, dass mehr Energie auf kleinem Raum gespeichert werden kann. Doch die Samsung-Forschungsgruppe relativiert ihr Ergebnis gleich wieder ein wenig, bis die neuen Akkus in industriellem Stil hergestellt werden können, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Dennoch ist das jetzt ein Riesenschritt in der Akkutechnologie, den sich wohl auch viele andere Industriezweige nutzbar machen werden. Zum Beispiel könnten Graphenbälle bei der Konstruktion von Elektroautos helfen, da sie extrem temperaturstabil sind. Samsung wittert hier zu Recht ein riesiges Geschäft. Das Unternehmen hat bereits Patente in Südkorea und den USA für seine Herstellung der Graphenbälle angemeldet. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Revolution, super Akkus erfunden, ja eine andere sensationelle Entwicklung in der Akkutechnologie. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.